Oh, der Vollgang ist auch vorbei So, noch ein Stückchen trinken Ich bin sicher, dass du jetzt eine sehr andere Zeitpunkt hast Das ist eine aberration, die wir hier haben, um zu korreieren Es wäre uns nicht verantwortlich, dass du zurück in Zeit mit der Enterprise C Und kompromissiert diese Zeitpunkt auch Wir werden dich zurück in deinem Zeitpunkt Es gibt noch einige sehr wichtigste Worte im 25. Jahrhundert, die du bist ein Teil davon Ich hoffe, das war schon Na ja, Volk, im Schatten. Ich bin ja immer auch Level 28. Was? Spezial sind das Paket Forschungskreuzer? Was zum Teufel? Ich hab Forschungskreuzer gekriegt. Hast du auch gekriegt, ne? Forschungskreuzer hab ich gerade gekriegt. Hast du auch? Von der Mission? Will ich mich verarschen? Ich hab gerade einen Forschungskreuzer erhalten. Aus der letzten Mission. Da hab ich ne Kiste gekriegt und dadurch hab ich Forschungskreuzer gekriegt. Noch gar nicht bemerkt, oder wie? Oh Gott, der schläft auch halb. Was für'n Ding? Bin ich gleich arschkriechend? Ein Stück Scheiße. Na dann. So, jetzt die nächste Mission. Dann bin ich 30. Ich hoffe, danach gibt's keine Einzelspieler-Mission mehr. Aber langsam wird's echt nervig. Hier ist mein Einzelspieler, Einzelspieler, Einzelspieler. Oh ja, wir haben wirklich closet. In Deutschland kommen die Die Töne vor, Aber der Geschwister. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh Gott. Ich habe ein Schluck auf was aufgehört. Ich habe ein Schluck aufgehört. Ich fliege ja schon. Ich bin noch am Arsch der Welt. Was soll die Hälfte der Karte fliegen? Ja, ich weiß. Oh, meine persönlichen Eigenschaften wurden wieder verändert. Ich habe ein Schluck aufgehört. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wer würde das nicht, ne? Ich bin das Baby, muss mich lieb haben. Nicht die Mama, nicht die Mama, nicht die Mama. Ich weiß noch mal, die Dinos, als sie damals den Kücheren geaufgelassen haben. Warum habt ihr den Kücheren geaufgelassen und... Kannst du dich mal an die Feuer erinnern? Keine Ahnung. Musst du die mal nachfragen? Ja, vielleicht sind sie Warmblüdler, war es glaube ich. Keine Ahnung, weswegen. Oh, Kalbblütler? Ach, keine Ahnung. Ich verwechsel die Scheiße meistens. Bereit. Bist du auch bereit? Ich muss bereit drücken. Ich bin bereit, ich bin bereit zum Abkassieren. So, oh Gott, dann sind wir gleich endlich Level 30. Oh. Ah. Oh nein. Nicht diese Mission. Nicht diese Scheiße. Nicht diese Scheiße. Nicht diese Scheiße. Nicht diese Scheiße. ich habe mich schon alles durchgelesen ist nicht nur das gleiche ich lasse langsam runterlaufen damit jeder andere sich durchlesen kann jetzt mal pause macht also jetzt nachkommen welche mission ist mitnehmen jeder weiß ich kann sich doch besser machen kann teilen also du bist doch wieder wieso bist du doch wieder hatte ich doch mal diskonikten jetzt kommen diese beschadeten quest nimbus tanzbettbewerb mache ich wüste an der front und was muss man da machen kriegt man nur die lize mehr was muss ich machen tanz 1 und verkackt es ich mach das nur wegen der erfahrung ist ja schon klar mach den roboter er macht die schlange macht den roboter abgeschlossen ob die behalten du nicht hier bei den zügen sind wir auch noch christina alle vier drei bei